Huhu Leute, ich bin Flaschhofer und willkommen zu Let's Play 4. Weiter geht's in der zweiten Mission. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, wollen jetzt hier diesen Schalter betätigen, um dann diesen Kran hier rüber zu fahren. Das machen wir jetzt auch mal und jetzt kommt der hier nämlich angefahren. Sehr gut. Jetzt warten wir einfach bis der da ist. Dann können wir dann nämlich rüber. So, da kommt er. Optimal. Also der fährt nach da, okay, gut. Oh, da geht eine Tür auf. Okay, gut, das war schon mal sehr gut. Das haben wir hingekriegt. Das kann mir jetzt überraschen, dass da auf einmal ein Gegner kam. Aber die haben direkt beide einen Headshot von mir bekommen, das ging echt schnell. Cool. Naja, egal. Die haben nur die RPL Maschinenpistole dabei. Und die Waffe scheint echt geil zu sein. Mal ganz vorsichtig gucken, ob hier nicht noch mehr Gegner sind. Auf jeden Fall Rock, die war für richtig. Und ich habe gehört, man kann hier durch Holz und durch Kartons und so durchschießen. Darum ist auch das letzte Mal der eine mit der Pistole so schnell gestorben. Das merke ich mir natürlich, dass man da überall durchschießen kann. So. Nur hier noch Gegner, nein, haben wir nicht. Hier wieder nur eine Leiche. Und ich habe jetzt auch mal wieder Tipp von einem, ich glaube von Zack the Chiller war der Tipp, nach links und rechts lehnen auf X und auf C zu machen. Habe ich jetzt mal gemacht. Das heißt, ich kann mich jetzt auch hier so um die Ecken lehnen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, sehr gut. Ist sogar eigentlich ganz cool. Top. Komme ich auch gut ran, kann ich also gut benutzen. So. Oh, da habe ich gerade wieder diese Knarre aufgehoben hier, die wir gerade in der Hand haben, aus Versehen. Aber ist sehr gut. Dann geht es jetzt hier durch die Tür. Oh, hier sind bestimmt wieder Gegner unter mir. Oh ja, ich höre sie schon. Ich hasse es ja eigentlich, wenn Gegner unter mir sind. Das ging gut. Alle tot. Die kamen hier gerade durch das Rolltor. Hat aber ohne Probleme geklappt, die zu töten. Alle drei. Da habe ich so richtig überrascht. Die haben nämlich überhaupt nicht zu mir geguckt, sondern ganz woanders hin. Okay, hier ist schon mal nichts. Dann kann es wieder runter gehen. So, hier haben wir jetzt wahrscheinlich wieder mehrere Möglichkeiten. Hier raus. Warte mal. Ihre Verbesserung von Flexible gegenüber fallen. Drücken Sie Zeitlupe, um die Zeitlupe zu aktivieren. Okay. Okay, wir haben jetzt hier wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder wir gehen durchs Rolltor oder wir gehen durch die Tür. Die haben jetzt hier sogar das G2-A2-Sturmgewehr. Das ist die Knarre, die wir gerade in der Hand haben. Sehr gut, dass wir hier neue Munition dafür kriegen. So, dann gehen wir jetzt hier mal raus. Ich gehe nicht durch die Tür, sondern hier lang. Und gucke hier aber ganz vorsichtig wirklich um jede Ecke. Hier scheint aber nichts zu sein. Ich scheine mich für den richtigen Ausgang entschieden zu haben. Ich will natürlich nie in eine Zwei-Fronten-Lage kommen. Oh, das ging schnell. Nie in eine Zwei-Fronten-Lage kommen, sondern nach Möglichkeit natürlich immer... immer gedeckt sein. Okay, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen snipern. Oh, jetzt kommen sie von überall. Der hat auch die andere Knarre. Boah, damit verziehe ich aber ein bisschen stark mit der Waffe hier. Boah, ich glaube, ich muss mal die Pistolen gerade nehmen, weil ich gerade ein bisschen zu doll verziehe. Oh, da schmeißt irgendeiner mit Rauchgranaten. Okay, so richtig effektiv sind die Pistolen auf die Entfernung auch nicht. Dann doch lieber die Knarre hier. Auch wenn ich nicht mehr so viel drin habe. Was macht er denn? Der hätte jetzt mal völlig in die falsche Richtung geblickt. Gut, ich habe jetzt die Funktion, um Ecke zu gucken, überhaupt nicht angewandt. Ich habe auch ein bisschen Lebenspunkte verloren, weil auf die weite Entfernung ich dann doch ganz schön krass verzogen habe. Mit der Knarre. Ich darf, das muss ich mir merken, für den nächsten Kampf nicht so viel Dauerfeuer machen, sondern mehr Feuerstöße. So, jetzt muss man natürlich... Aber ich denke, ich habe es trotzdem ganz gut hingekriegt. Ich hatte zwar 100 Rüstung, aber so um die 80 Lebenspunkte und ich habe jetzt beides auf 60. Das ist, denke ich, akzeptabel, wie ich das hier gelöst habe. So, jetzt wirklich nochmal jede Leiche durchsuchen nach Munition. Denn ich sehe hier mein Sturmgewehr ist schon wieder fast alle. Das heißt, die meisten Gegner hatten dann doch eher die Maschinenpistole und nicht das Sturmgewehr. Aber egal. So, können wir da hoch. Sieht so aus, als können wir da gar nicht rein, wo die Gegner hergekommen sind. Hört mal, wie kamen die denn gerade hier runter? Oder sind die hier über die Brüstung gesprungen? Gucken wir mal, ob wir hier rum können, eventuell. Nee, können wir gar nicht. Okay, wir können da schon mal nicht hoch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier runter. Können wir da schon reingucken und vielleicht sehen, ob da Gegner sind. Sieht aber leer aus. Oh, Checkpoint. Wir kommen hier relativ schnell voran. Wir kommen hier schnell zu neuen Checkpoints. Hier finden wir nochmal die Pistole. Ich hatte doch gerade... Oh. Okay, hier haben wir wieder ein paar Interferenzen auf dem Hut. Und sind wir jetzt wieder in dieser Zwischenwelt, so wie es aussieht, in dieser Geisterwelt. Oh ja, da sehen wir den... Ist das Paxton Fettel, den wir da... Ist da jemand? Okay, wir sind jetzt gerade wieder in der Geisterwelt. Gucken wir einfach mal. Nicht, dass hier gleich wieder irgendwelche Gegner sind. Ich weiß gar nicht, ob in dieser... Während wir in dieser Zwischenwelt sind, ob da überhaupt Gegner kommen können. Das weiß ich gerade nicht. Aber ist doch eigentlich Wurst. Dann können wir hier durch. Können wir die Tür nicht... Ah, doch, können wir. Nee. Ich dachte, wir könnten die in die andere Richtung öffnen. Aber sie geht trotzdem nicht weiter auf, okay. Da ist die Sau. Schon so ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich zugeben. Weil wir auch immer irgendwelche blöden Geräusche hören. Ich würde aufgefallen sein... Ah, jetzt bin ich wieder in der... Ist da jemand? Nein, Mann, da ist niemand. Ich bin jetzt wieder normal. Ich kann jetzt auch wieder schnell laufen. Da sehe ich... Gesundheitsbooster sehe ich da. Okay. Ich habe jetzt auch die Sprache noch ein bisschen lauter gemacht. Das war auch was, was beim letzten Mal noch nicht ganz so perfekt war. Der Sound war zwar so größtenteils in Ordnung, aber die Sprache war noch ein bisschen leiser. Die habe ich jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. So. Boah, jetzt sind wir wieder bei 115. Ey, wie krass. Erhöht denn so ein Gesundheitsbooster das Leben? Oder macht der Gesundheitsbooster das Leben wieder immer komplett voll? Sieht nämlich fast so aus, als ob man bei so einem Gesundheitsboost immer komplett... Oh, scheiße. Was ist denn hier los, ey? Ich glaube, das ist das nächste Team, was hier komplett ausgelöscht worden ist. Okay, das ist natürlich nicht gut. Eventuell wieder von dem kleinen Mädchen, das wir gesehen haben. Oder von dem Geist, der gerade vor uns hergelaufen ist. Ich weiß es nicht. So, hier gucken wir natürlich auf die Schränke, ob hier nicht noch irgendwas Booster-mäßiges ist. Können wir hier drauf, ja. Sonst ist hier aber, so wie es aussieht, nichts. Nein. Hat nichts gebracht. Hier hinter gucken. Nee. So, dann müssen wir, denke ich, jetzt mal hier rein. Natürlich wieder vorsichtig. Nee, nix drin. Gut. Was haben wir da unten? Gar nichts. Da müssen wir jetzt runter, denke ich mal. So, zack. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist das Mädchen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, scheiße. Explodiert wirklich alles. Ich renne einfach... Oh, kacke. Fuck. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Wir fliegen auf jeden Fall gerade durchs Fenster. Sieht aus wie eine Katze. Und... Ähm... Ja. Hallo. Oh. Mission zu Ende. Situation. Der Spionage-Satellit Hannibal 3 ist wieder online. Ein Vierkampfeinsatzagent wurde lebend gefunden. Der verbliebene Einsatzagent wird noch vermisst, aber seine Vitalwerte sind stabil. Paxton Vettels Ortungssignal wurde in dem Gebiet entdeckt. SSE-GD-Verstöckung ist auf dem Weg, um bei der Primärmission zu helfen. Mission. Der verbleibende Vierkampfeinsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technische Offizierin von Vier und die SSE-GD-Eskorte suchen weiter nach dem vermissten Vier-Einsatzagenten. Ja, mit diesem verübrigt gebliebenen, überlebenden Einsatzagent sind wahrscheinlich wir selbst gemeint. Und der vermisste ist wahrscheinlich Jankowski. Ich weiß es nicht, aber ich mache jetzt einfach mal fortfahren, um in die nächste Mission zu starten. Er lebt. Ah, da ist Wind zum Kronen. Er scheint unverletzt zu sein. Aber ich weiß echt nicht, wie er überlegen konnte. Das ist jetzt nicht unsere erste Sorge. Ich hoffe, Vettelzender nahe an dieser Position. Wir müssen den Kerl erledigen, nun zwar schnell. Beginnen. Suchen Sie weiter nach Jankowski. Ich empfange immer noch Vitalwerte von ihm. Sie können nämlich allein reinschicken. Das ist Wahnsinn. Er kann auf sich aufpassen. Und jetzt los. Okay. Also. Ich weiß nicht so richtig, was gerade passiert ist, aber ähm. Es wird, dass Sie noch leben. Ja, ja, klar. Ähm. Anscheinend wurden wir hier durch dieses Fenster gefetzt. Von diesem kleinen Mädchen. Das haben wir jetzt mal wieder gesehen. Und sie hat diesmal uns angegriffen. Nicht irgendwelche anderen, sondern sie hat uns angegriffen. Wir konnten allerdings anscheinend irgendwie entkommen. Sie ist brennend auf uns zugelaufen. Und wir sind durch das Fenster geflogen. Haben aber anscheinend unverletzt überlebt. Hier ist unsere Forensikerin. Glaube ich mal, dass sie das ist. Ähm. Und hat uns hier wieder aufgeholfen. Jankowski ist weiterhin verschwunden. Und wir sollen jetzt alleine weitermachen. Denn wir orten Vettels Signal hier irgendwo in der Nähe. Und weil wir momentan der Einzige von vier sind gut. Sie können uns natürlich auch helfen. Aber die ist anscheinend. Ähm. Ähm. Ja. Anscheinend zu beschäftigt. So wie es aussieht. Ganz offensichtlich ist sie hier wirklich voll bei der Arbeit. Ähm. Und wir müssen natürlich alleine weiter. Und Jankowski ist weiter vermisst. Darum geht es jetzt auch hier. Dann alleine gegen Vettel und seine Replika-Soldatenarmee weiterhin alleine weiter. So. Wir sind glaube ich auch im nächsten Level. Ich glaube immer noch Intervall 2. Weil das hier unsere zweite Mission ist. Aber halt im nächsten Unterlevel sozusagen. Da haben wir gerade ein Einsatzfahrzeug gesehen. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hier sieht es schon wieder scheiße aus. Denn hier hat irgendwas ausgeblutet. Wieder ein Mitarbeiter hier von diesem Frachthafen. So. Da hatte ich gerade wieder ein Monsterleck. Ich mache jetzt mal die Taschenlamp an. Obwohl hier brauchen wir sie gar nicht mehr. Ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung mehr schicken. Meine Leute wurden eben zum HQ von Armecam abkommandiert. Da läuft was ganz Großes. Ach nee. Meine Leute sind da mittendrin. Schon verstanden. Ich wünschte ich hätte hier da bergen. Sind das dieselben Gangster? Sieht so aus. Ich habe noch keine Details. Das ist jetzt wohl kein verdeckter Einsatz mehr. Okay. Da hat sich gerade die SSEGD-Einheit gemeldet. Und sie wird nicht zur Verstärkung hier hinkommen. Denn sie wurden wahrscheinlich von der Regierung, nämlich zu Armecam geschickt. Da ist auch irgendwas am Laufen. Das war ja diese Firma, die diese Replika-Soldaten und auch den Paxton Vettel, wissen Sie, weil die Replika-Soldaten gezüchtet hat und diesen Paxton Vettel da im Gefängnis hatte, wo er ausgebrochen ist. Das war die Firma, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Und da ist jetzt die SSEGD-Einheit jetzt dahin kommandiert worden. Und wir sind jetzt hier als mit unserem Vierteam wirklich komplett alleine auf uns gestellt. Unser Einsatzleiter ist da natürlich überhaupt nicht glücklich drüber, dass wir jetzt hier alleine sind. Aber was soll man machen, wenn die... Was hier blutet? Achso, vom Tisch. Okay. Wenn die Regierung sagt, das ist nun mal so, dann ist das so. Da kann man sich auch nicht gegen wehren. Darum... Aber wir haben uns ja eh wahrscheinlich schon gedacht, dass wir hier das Spiel hauptsächlich alleine bestreiten müssen. Und darum stört uns das nicht groß. Wir müssen natürlich jetzt dadurch doppelt vorsichtig sein, da wir jetzt auch wissen, dass das kleine Mädchen es jetzt wirklich auf uns... ...auf uns abgesehen hat. Und jetzt auch wirklich... ...wirklich uns angreift und nicht nur irgendwelche anderen Leute. So, hier will ich gleich ganz, ganz vorsichtig sein. Denn hier könnten natürlich überall Replika-Soldaten sein. Hier geht's runter, aber da will ich, glaube ich, gar nicht runter. Denn hier kann man, glaube ich, nix machen, oder? Nö. Hier ist es total scheiße, wo ich gerade bin. Und ich bin hier auch wie auf dem Präsentierteller. Das ist natürlich kacke. Dann lieber hier hoch. Und hier weiter. Trotzdem bin ich nicht gerade glücklich. Jetzt könnten theoretisch Gegner von allen Seiten kommen. Was natürlich richtig scheiße ist. So, was passiert, wenn ich da runtergehe? Ist da unten eventuell irgendwas? Ich weiß es nicht. Komme ich da auch wieder weg? Ja, da könnte ich... ...künde ich über eine Treppe wieder hoch. Ach so, okay, darum ist die Leiter da. Wenn man hier runterfällt, dann muss man da hinten, über die Treppen, da hoch, dann auf dieses gelbe Ding und dann hier reinspringen. Und dann kommt man hier wieder raus. Okay, gut, also dazu ist das da. Sonst wahrscheinlich nix tolles. Hier kommen wir nicht weiter, habe ich mir schon fast gedacht. Hier gucken wir mal rein. Ne, nichts. Dann gehen wir hier rein. Denn hier geht's weiter. Oh, da können wir wieder ein Telefonat abhören. Das machen wir auch. Und irgendwas drücken können wir auch. Aber erst gucken wir hier durch die Tür. Ach so, okay, gut. So wäre es auch gegangen. Alles klar. Dann hören wir jetzt erstmal das Telefonat. Sie haben eine neue Nachricht. Mike, was zur Hölle ist da drüben los? Klang wie eine Explosion. Ich kann da keinen erreichen. Ruf zurück. Ende der Nachrichten. Ja, im Prinzip fast die gleiche Nachricht wie auch schon die andere. Oder sie hören irgendwelche Geräusche und wollen halt nachfragen, was los ist. Diesmal haben sie nicht nur laute Geräusche, sondern eine Explosion gehört. Also was ganz Neues. Aber naja, stört uns nicht. Wirklich informativ sind diese ganzen Nachrichten ja nicht. Und ja, jetzt so viel zur Story tragen die auch nicht bei. Also was das soll, weiß ich nicht so ganz. Hätten sie eigentlich auch weglassen können bei dem Spiel. Weil wir hören hier andauernd dasselbe und ja, ist eigentlich auch egal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier den Knopf drücken. Aber das ist denke ich mal wieder eine gute Position, um hier Pause zu machen. Wir haben uns jetzt sozusagen in diesem Video heute von Schalter zu Schalter gekämpft. Und wir werden dann morgen, äh übermorgen den nächsten Schalter drücken. Darum sage ich jetzt hier erstmal Tschüss. Und wir sehen uns übermorgen wieder mit Let's Play 4. Ciao Leute. Ciao Leute.